Das ist Minecraft, die allererste Alpha-Version des Spiels Minecraft und in diesem Video werde ich einfach mal ein paar Versionen der älteren Generation anzeigen. Und zwar wird hier mit der linken Maustaste gesetzt und mit der rechten weggebaut. Es gibt nur Gras und Stein. Und das Spielprinzip ist einfach nur geil. Also hier kann man richtige Häuser bauen und auch durchgehen. Das haben sie wenigstens schon mal geschafft. Okay, und damit war das die Alpha-Version Nummer 1. So, diese Version ist eigentlich die Alpha-Version 1 plus ein paar witzige Figuren. Also ich finde es echt witzig, wie sie krummteupeln. Und man kann nicht sprinten. Okay, ich habe erst sehr spät mit Minecraft angefangen und deshalb weiß, also habe ich lange Zeit nicht gewusst, dass man nicht sneaken konnte und nicht sprinten konnte. Ja, und das war die zweite Version. Tschüss. So, hier in dieser Version gibt es schon die Bäume, es gibt Sand, es gibt Kies. Das hieß damals gar nichts, oder? Nee, man konnte nicht mal Inventar öffnen. Und es ist auf jeden Fall schon richtig meinträchtig. What? Okay, das wusste ich selber noch nicht. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Version. So, in dieser Version, jetzt weiß ich nicht, ob das in der anderen auch war, gibt es die Lebensanzeige. Ja, man kann, es gibt jetzt auch Partikel, ganz kleine Partikel. Und hier in den Optionen kann man auch schon einiges einstellen. Ja, und, ach, ach, ach so. Ah, und es gibt Sound, den ich irgendwie nicht höre. Moment. Uno momento. Nee. Komisch. Okay, das war's mit dieser Version. Und, ach ja, Tiere gibt es jetzt schon. Hier hat sich der Entwickler wohl einen Spaß erlaubt. Yay. Hier hinten das ist das Schneegebiet. Hier ist die Wüste. Hier liegt Schnee. Hier ist Eis. Da hinten ist ein Schneebium. Und es gibt Wolken. Ich werde übrigens nicht alles auflisten, also, hättet mich nicht. Ich will nur so in groben alles erklären. Okay, also, bis zur nächsten Version. In dieser Version gibt es jetzt schon Texturenpakete und Sound. Wenn auch nicht gerade den besten. Aber so war er damals auch immer. Der Sound hat sich viel besser angehört. Okay, und hier haben wir... Das hat mir schon lange nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen... Ach ja, äh, nee. Hab ich schon erwähnt. Okay. Ähm, diese Version habe ich mich in die Minecraft-Welt reingewirkt. Die, das ist die Minecraft-Version 1.0.0. Texturpaket, Optionen. Das normale Menü eigentlich. Hier haben wir auch schon wirklich sehr viele Sachen. Und dann join ich jetzt... Oh. Ja, das sind noch die, ähm... Den ganzen... Okay, create a new world. Das dauert jetzt kurz. Und es ist schon viel besser. Man hat da immer noch... Diesen geilen Sound. Und die Tiere zu schlachten, das dauert jetzt viel länger. Und sie droppen Erfahrung. Und es gibt eine Hungerleiste. Und diese Version gefällt mir am meisten. Das ist nämlich unsere neueste Version. Die 1.7. Und die ist einfach mega geil. Also... Bin gespannt, was die 1.8 bringt. Bin ich mal gespannt. Und... Ja. Dann verabschiede ich mich in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Bis zum nächsten Mal. Wenn es dann heißt... Evolent. Mit mir. Nein. Ja. 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 Vielen Dank.